Moin moin liebe Zöckler, was geht ab bei euch? Wir spielen eine Runde 3 vs. 3 auf der Karte Die Kommune gegen einen Protoss, einen Terraner und einen Zufallspieler und in meinem Team ist mal wieder Clownfisch und Terminator Mal schauen, ob wir jetzt wieder mal einen Rush machen oder ob wir mal ein bisschen längeres geben, zöckeln Das entscheiden wir ja, nicht das gegnerische Team Das ist das dritte Game, davor die beiden haben wir gut gewonnen Mal schauen, mit was ich jetzt starten werde, entweder mache ich wieder ein paar Reaper oder so Können natürlich auch schöne Echse bauen Ein fetten Eingang, obwohl hinten kommt man auch noch rum Da so Sollte ich wohl mal hier hinten vielleicht zumachen Wenn wir vorne offen sind Wird mir direkt mal die Echse holen Und bau dann erstmal ohne Marines Zum Blocken Das ist ja auch schon mal ganz schön, wenn man hier was hat, wenn ich da jetzt eine planetare Festung ausbauen würde Hätten wir auch schon mal eine gute Schranke da stehen Weil die werden sie wahrscheinlich erstmal probieren dann anzugreifen Wollen wir dann eine zweite Kaserne aufbauen Dann holen wir uns hier zwischendurch mal kurz noch eine Pöhrchen und machen das hier mal auf Bestimmt Oracle oder DTs Ich bau jetzt hier erstmal Maschinen-Doc hin Ergunst hier erstmal gut Ich bau jetzt erstmal einen fetten Ego-Transfer machen zu meiner Gold-Echse Und erstmal hier ein Tirret rein Da kommt schon der erste kleine Wasch hier Ich bau jetzt auch mal ein Tirret reinsetzen Und dann bauen wir erstmal aus Mal ein Laböhrchen anschließen Das nächste Gas holen Ja, dann können wir den ersten Mulan fordern War ja klar Oha 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 So machen wir schon mal das erste Angriffs-Upgrade gleich Ah, hier werden auch Oracle gebaut Das ist natürlich traumhaft Die lassen wir hier einfach mal patrouillieren Abmarsch bereit BBS Einsatz bereit Jetzt erstmal ordentlich Och, Ei Was liegt an? Du altes Auge Du altes Matsch-Ärgig Euglein Ja Hat da Glück gehabt BBS Einsatz bereit Da ist jetzt AWing Ja Schön Traumhaft Hehehehe Jetzt kommen wir uns erstmal die erste Fabrik dazu Da sind die Pürchen noch. Am besten noch ein, zwei Depots, weil die brauche ich eigentlich generell immer. Komm her. Komm schon. Leider habe ich noch keinen weiteren. Fuck ey, ich brauche unbedingt einen Raven oder sowas. Das zackt jetzt richtig. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Oracle könnte ja natürlich jetzt was machen hier. Abfarsch bereit. BBS bereit. Upgrade durchgeführt. BBS einsatzbereit. Jetzt geht's los. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jetzt erstmal einen Raven bauen. Einlassrohr am Start. Ich habe noch mal so ein paar. Ja. Ja. Unsere Verbündeten werden angegriffen. B4. Geht's ab. Forschung abgeschlossen. Und jetzt können wir erstmal einen Raven holen. Jetzt erstmal einen Raven dazu jetzt. Oha, da kommt noch eine gute Masse. Oha, da kommt noch eine gute Masse. Schaffen wir aber. Schaffen wir aber. Jetzt wieder zurück. Erweiterung fertiggestellt. Die Basis unserer Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Aufmarsch bereit. Leber bitte. Verwarte bitte. Noch geht es. Ganz kaum noch ein Ball und ein Grund ist es wein. Wir müssen die benötigen Beute bei den Depots. Scheiß Depots mal wieder bauen. Können wir die Auftakt? Technik Spitzhofer 4. Forschung abgeschlossen. Aufmarsch bereit. Nur zu. Erstmal hier ist es zwei Echsen noch holen. Was gibt's? Zermassen zu sehen. Jeder Schuss. Wann geht's los? Wann geht's los? Das ist aber auch alles hier knapp. Aufgedankt und einsatzbereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was kommt noch, Herr Maus? Aber es sieht noch wieder ganz gut aus. Was kommt da wieder? Der Oracle. Start. Ich brauche einfach mehr Upgrades noch. Lassen wir jetzt ein Waffenlager dazuholen. Das war jetzt Maschinen-Dock. Was ist mein Scheiß? Werden angegriffen? Nicht genügend Mineralien. Los, los, los. Nicht genügend Mineralien. B.B. ist einsatzbereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nicht genügend Mineralien fällt. Wo ist mein scheiß Raven denn hin? Oh, schon wieder kein Raven am Start. Ich brauche unbedingt mein Raven. Ich brauche das. Erweiterung Mineralienfeld. Erschöpft. Mineralienfeld. Erschöpft. Ab die Post. Kommt da Asha Raven. Oh, fuck, ey. Bisschen gleich mal Go machen. Hier haben wir mal die Gold-Echsen noch. Jetzt erstmal Gürchen starten. Ich höre. Einsatzbefehl. Hör aufs. Einsatzbefehl. Verstand. Auf dran. Schiefft sie los. Schiefft sie los. Schiefft sie los. Was jagen wir hoch? Los, los, los. So, raus. Auch richtig. Schiefft sie los. Schiefft sie los. Schiefft sie los. Los, los, los. Gehen wir hier nochmal ein bisschen ran. Hammer, Hammer. Armibolt. Werden angegriffen. Jetzt lebt uns. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Aber viel zu viele Kolosse. Ein paar Weichgesont dazu holen. Schiefft sie los. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Vergib's denn. Mal hier in die Wasser rein. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Jetzt kann ich den Tech wegficken. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Die Tee ist und alle anderen Schrott erstmal rausnehmen. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Ich hab doch gesehen dass wir hier auch Echsen gebaut haben. Die werden jetzt hier wahrscheinlich auch eine haben. Ja, natürlich. In der Ragenfeld ist wohl erschaffst. Zum nächsten Echse. Wahrscheinlich hier sein wird. Natürlich. Und hier ist die nächste Echse. Schön. Jetzt passt Demi rauf. Nicht genügend Mineralien. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Mineralien fällt, erschöpft. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir haben noch was. Los, los, los. Ich bin für die Schacht geboren. So, da haben sie jetzt nicht so mitgerechnet. Fliegen wir auch nochmal direkt rein. Aufgedankt und einsatzbereit. Mineralien fällt, erschöpft. Nicht genügend. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Oha. Hier ist Endstation. Mineralien fällt, erschöpft. BBM einsatzbereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mineralien fällt, erschöpft. Jetzt wird geblündert. Jetzt wird geblündert. Bereits machen, Jungs. Kommen Sie was verbündet. Unsere Beine angegriffen. Feuer frei! Hier rum. Erstmal raus hier. Ab die Post. Still, still, still. Seine Erheißen. Ihr war gleich knallt. Direkt zur nächsten Echse. Noch kein Speed. Jetzt habe ich wieder Speed. Nicht genügend. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oha. Heiden erschreckt. Schlechte Neukölln? Was wichtig hat? Wir warten nur auf Sie. Ah, wo fliegen wir nochmal hin? Ich glaube hier nochmal rein. BBM bereit. Jetzt geht's rund. Jetzt wird geblündert. Hier. Ratsch. Und was jetzt? Beständig. Jetzt heizen wir nochmal kurz hier rüber. Wir holen uns noch ein paar Vikings dazu. Nicht genügend Mineralien. Jetzt wird geblündert. Verstanden. Können wir die Aufnahme? Jetzt wird geblündert. Upgrade durchgeführt. Feuer frei! Der Speedway-Siegel geschockt. Werken wir einmal lebt? Jetzt heizen wir mal kurz hier unten noch lang, um mal zu schauen. Wo ist der Notfall? Da muss ja theoretisch auch noch was sein. Nur zu. Schlechte Neukölln? Jetzt wird geblündert. Ja, was wichtig hat? Ich will nochmal einen Echse holen. Jawohl. Jetzt wird geblündert. Das bauen wir auch erstmal kurz aus. Abmarsch, Berat. Nur zu. Was gibt's denn? Ah, da haben wir noch eine. Jetzt wird geblündert. Einsteigen oder aussteigen? Abmarsch bereit. Upgrade durchgeführt. Aber sicher. Gucken wir nochmal bei der Gold kurz rein. Noch ein Angriffs-Upgrade dazu holen. Der Po schauen wir auch nochmal kurz rein. Olsen ist da. Sagt meine Freundin hier gerade. Dieser Olsen. Sind doch hier gerade hart am fighten. Shit. Nein. Oha. Fuck. Nicht genügend energie. Nicht genügend energie. Ich muss für einmal Medi weg gehen, mal rüber. Und mal ein bisschen Eco-Transfer machen. Hier komme ich. Jetzt wird geblündert. Aufgedanke, meine Reise. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Nicht genügend, jetzt wird geblündert. Bei den Repos. Durchgeführt. So, jetzt pullern wir erstmal ordentlich die Einheiten hier weg. Oha, kurz den Eco-Transfer nochmal machen, jetzt holen wir uns einfach mal, vielleicht noch ein paar Wettel-Grüserchen könnten wir uns eigentlich mal holen, das war jetzt nicht so die Upgrades dafür. Ja, gg, wohooo!